Wir gehen mit Roman in die Cormades-Bar und suchen nach Vlad, okay? Dann suchen wir mal den Vladdy. Ich glaube, da gibt's jetzt gleich ganz schön Stress hier wegen Roman und seiner Freundin, ne? Don't do anything stupid, cousin! Nothing is stupid as letting that fat swine give it to Mallory. Hey, it happens. We have an open relationship. I do my thing, she does hers. Maybe next time I might watch them at it. Oh, to Thomas! Watch this! Fat, hairy, sweaty back, gone up and down! I can't take it! How could she do this? I knew you cared. I have to do this. Okay. Gucken wir mal. Nico, you have to think this through! Stay out here! Let the big boys have their conversation inside! Wohl, warum rennen die denn jetzt weg? Hey, bloody boy! I'd like a word with you. What are you doing here? Did I summon you? Boy, I told you to stay away from Mallory. Ah, go away! Oh, now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Excuse me. Do you think I give a fuck, peasant? Oh, there he is. Hey, fatty. I'm so sorry you're so upset. Oh, poor fucking whore! Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute, this ratty little yokel told me what to do. Hahaha. Did you hear that voice? Yeah. Now, get them out of here! Come on, come on. Oh, oh. Get back outside, Roman! I'll break your face! Let him not escape. Okay, moment. I don't know where he wants to go. Hello? Oh, fuck you. Okay, come on. Let him not kill me. I want to go out. I want to go out. I want to go out. Come on. Okay. No time to shake. Let him feed. Okay. Oha! There he is already. Okay, I had a doubt that he is in his car feed. Nooo. Not our car. Okay, he is running away. We win. Let's go home. I'm not walking away until this thing is finished. It is. It is. It is ramen. We won't see him again. He'll come back. The only thing that will hold him down is six feet of dirt. Forget about Mallory. Plans change and you know, when Vlad is done with her. Roll a fucking spine. You think Vlad will come after us when I am chasing him like this? I have to end it. Here and now. Shit. I don't like this. Fuck. Fuck. Shit. Well, I mean... You don't like this. I wouldn't have to die, but... And behind the door, he Partnership, will come into a place for us. I would like to settle down a bit ofonduality untoügen één notreys record of the other. Well, he doesn't care for us to come. Hey doc. And then from him. You'll find that one thing you never can stop. Let me know. I will lose that one thing. Hey doc. No normal, he can't receive it. Watch out of yourwic hashtags. Blatt hat einen Umfall gebaut, komm! Den, den, den Dingsten! Oh, da ist er! Da, 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 da! Haha, Blatt! Ich werde dir dein Leben weg, blatt! Wir werden alles gut machen! Meine Freunde werden dich unterbrechen! Du wirst nicht ein Moment! Ich werde länger dauern, als du wirst, Scheiße! Scheiße, dich! Ich wünsche, dass ich da bin, um michaäldern zu sehen, dass ich michaäldern auszutauschen! Du hast dich selbst und dein Freund, Jokel. Du bist ein totes Mann! Michail Faust hat mich als Bruder gedacht, er bekommt eine Revenung! Du bist nicht in dieser Stadt. Du wirst du schrauben! Du hast dich selbst und dein Freund, Jokel. Du bist ein totes Mann! Michail Faust hat mich als Bruder gedacht, er bekommt eine Revenung! Du bist nichts in dieser Stadt. Du wirst du schrauben! Du hast dich selbst und dein Freund, Jokel. Du bist ein totes Mann! Michail Faust hat mich als Bruder gedacht, er bekommt eine Revenung! Mensch! Mensch! Stopp! Ja, ja, lass stecken! Du bist ein totes Mann! Du bist ein totes Mann, Vladyboy! Niemand! Du schraubst mit meiner Familie! Ach du kacke! Ach du kacke! Das war jetzt geil! Ah, du bist ein großer Mann, Vlady! Neko! Ja, das ist wirklich ein big boy! Ja, das ist wirklich ein big boy. Ich glaube, das ist vorbei. Was haben wir getan? Wie sieht das aus? Wir sind tot! Nein, er ist tot. Wir sind gut. Er hat sehr wunderschöne Freunde. Serious Leute! Ich habe dir gesagt, dass du dich calmest! Du hast dich geholfen! Ich bin calm. Er versucht uns zu töten. Er hat deine Freundin verletzt. Was hast du geholfen? Ich gebe ihm ein Massage? Scheiße! 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 Ach man! Das macht dir doch nicht in die Hose, Roman. War doch nur der fette Vlad. Den könnten wir doch sowieso nicht leiden. Wenn ich in der Armee war, wir gingen auf die Mission. Um ein Team zu entlasten, die hat viele innozenten Menschen geholfen. Sie waren unsere Enemies. Aber wir haben es nie gemacht. Es waren 15 von uns. All die Kinder aus der Stadt. Aber ein von uns hat die Gruppe geholfen. Es war ein Setup. Für Geld. 12 Menschen died. 3 Menschen escaped. Ich weiß, der Traitor war nicht ich. für mich. Also, für 10 Jahre, ich habe mich für die anderen. Ein von ihnen bleibt hier. Warum sagst du mir das jetzt? Du bist immer sentimentale, nachdem du Menschen töstst? Du hast immer gefragt. Wunderbar. Du bist hier auf einer Revenge-Mission für etwas, das vor 10 Jahren passiert. Und du wirst nicht egal, welches Leben du in der Nähe verletzt. Nein. Welch was? Ich weiß nicht. Ich möchte nur wissen, warum sie es getan haben. Jetzt glaube ich nicht, dass du es herausfinden kannst. Wir müssen den Körper abholen. Wir müssen den Körper abholen. Wir holen ihn in den Berg. Hoho. Einfach weg damit. Die brauchen wir doch sowieso nicht mehr. Wenn der Beste uns töten wird, Scheiße. Wir sollten hier raus gehen. Du gehst. Ich werde dich mit dir später. Okay. Und weg damit. Abfall. Niko. Niko. Sind du da, Kussin? Roman, ich bin hier. Was hast du gemacht? Warum schreien sie? Ich bin auf Fester Street. Das ist ein Biss! Fack dich! Ich wollte gerade mit diesem fettem Sack... Daaaah! Okay. Rufen wir den nochmal an. Meine Fresse! Ich habe meine schlechte Teile und Ich habe mich einfach nur verletzt. Niko! Niko! Sind du da, Kussin? Roman, ich bin hier. Was machst du? Ich bin auf Fester Street. Der Perestroiker. Komm, Niko! Quick! Okay. Also sollen wir jetzt zum Roman kommen. Und Skamomenskau. Dann fahren wir doch mal dahin. Mal gucken, was der jetzt uns zu sagen hat. Warum der flüstert. Äh, was hören wir denn? Was hören wir denn? Was hören wir denn? Was hören wir denn? Das da holen. Das hören wir jetzt mal. Achso, Entschuldigung. Warte kurz. Upsala. Entschuldigung. Tut mir leid. Aber das muss jetzt einfach mal sein. So, Leute, mag ich nicht. Die mich einfach so über den Haufen fahren, obwohl ich gerade an telefonieren bin. Jagd. Ich frage mich, wo die manchmal ihre Augen haben. Also, nee. Das geht so echt nicht. Und wenn jemand einfach so quer über die Straße läuft, muss man doch mal bremsen. Hey, nee, nee. Upsala. Das war ich nicht. Moment, dann fahren wir jetzt hier lang. Hier fahren wenigstens keine Autos. Eigentlich wollte ich ja nicht auf dem Bürgersteig fahren. Und den drehen wir einfach mal um. Dann steht uns nicht mehr im Weg rum. Oh, ein Polizist. Upsala. Oder sowas ähnliches. So ein Stadtarbeiter oder sowas. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Solange wir dafür keinen Stern kriegen. Falls wir so jemanden mal töten sollten, ist mir das egal. Oh. Oh. Mal wieder ein paar Zeitungskosten. But. Hier ist Roman. But. Wo? Crime and Punishment. Ja, Roman. What the fuck. Roman. What are you doing in the dumpster, man? Are they here? What are you talking about? Get out of there, man. I'm freaking out, man. I'm being followed. I saw them. Don't be ridiculous. You're being paranoid. I'm being... Fuck you. Fuck you. Fuck you. Everything was fine. And then you show up. And now we're dead. Because Felsten is a psychopath. He's going to kill us. Because we killed Vlad. Vlad was his man. That's how it works. You killed their guy. They killed you. Roman. Get out of there, man. Listen to me. Vlad was a piece of trash. They don't care about him. All they care about is making money. So? We say we work for them. Now get out of there. You smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Who? Who? Get out of the dumpster, Mr. Fatman. Come on, fatty. The boss wants a little chat. Okay.